lege dich bequem hin du kannst die augen jetzt oder später schließen suche dir einen punkt in deinem körper auf den du deine volle aufmerksamkeit richten kannst das kann die atmung sein das kann die körper mitte etwa um den bauchnabel sein das können auflageflächen oder etwas anderes sein das ist jetzt dein aufmerksamkeit punkt mit dem du dein entspannungstraining beginnen kannst du liegst jetzt bequem und lässt alle muskeln locker werden ganz ruhig und entspannt bist jetzt bei deinem aufmerksamkeits punkt deine gedanken sind in deinem körper ganz ruhig und entspannt ganz ruhig und entspannt deine gedanken richten sich jetzt zuerst auf hände und arme wende dich nun deiner rechten hand zu schließe die rechte hand zur faust nicht zu fest und spanne dabei den unterarm mit an spüre die spannung und nun unterarm und hand wieder lösen spannung fließt heraus lass deine muskeln sich immer mehr entspannen spüre der entspannung nach im unterarm in der hand und in jedem einzelnen finger daumen zeigefinger mittelfinger ringfinger kleiner finger kleiner finger entspannen sich immer mehr nun spannen den oberarm der rechten hand mit an also hand zur faust unterarm anspannen oberarm anspannen ellbogen leicht anwinkeln oberarm muskeln fest anspannen die spannung erspüren und wieder locker lassen lösen spannung fließt jetzt heraus und du erspürst die entspannung oberarm unterarm hand lösen sich immer mehr behalte das angenehme gefühl der entspannung bei oberarm deine gedanken gehen jetzt zur linken hand alle die linke hand zur faust und spann den unterarm mit an spannung erspüren anspannen und wieder lösen spannung fließt heraus lass deine muskeln sich immer mehr entspannen spüre der entspannung nach im unterarm in der hand und jedem einzelnen finger daumen zeigefinger mittelfinger ringfinger kleiner finger die finger ganz entspannt nun wieder die linke hand den unterarm und auch den oberarm anspannen anspannen spannung halten spüre die anspannung und ausatmen lösen immer mehr entspannen immer mehr entspannen entspannung nachspüren und dieses gefühl behalten lass deine muskeln ganz locker spüre der entspannung nach entspanne jetzt immer mehr tiefer entspanne immer tiefer und tiefer entspanne jetzt beide arme von der hand über den unterarm bis zum oberarm an anspannen 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 und ausatmen lösen alle spannung fließt zu deinen fingerspitzen hinaus lass die entspannung sich ausbreiten entspannen spüre der entspannung nach genieße dieses gefühl Geh noch einmal die Arme durch, vertiefe die Entspannung, Unterarme ganz locker lassen, Hände, jeden Finger weiter entspannen. Vielleicht spürst du jetzt Wärme in den Armen. Gehe jetzt mit deinen Gedanken zum Gesicht. Beginne mit der Stirn. Ziehe jetzt deine Augenbrauen nach oben, sodass auf der Stirn Querfalten entstehen. Halte die Spannung und erspüre sie. Halten und langsam wieder entspannen. Lass deine Stirn immer glatter werden, gelöst wie eine glatte, leere Fläche. Spürst du schon, wie sich mit der Entspannung der Stirn die ganze Kopfdecke immer mehr entspannt? Beobachte die allmähliche Entspannung deiner Stirn. Spanne jetzt die Augenbrauen zur Nasenwurzel hin an, so dass über den Augen jetzt senkrechte Falten entstehen. Anspannen, Spannung erspüren, Augenbrauen anspannen und ausatmen, locker lassen. Die Stirn wird immer gelöster und entspannter. Lass deine Stirn jetzt immer glatter werden, gelöst wie eine glatte, leere Fläche. Entspannung breitet sich immer mehr über den Stirn und dem ganzen Kopf aus. Wende dich nun deinen Augen zu, schließe sie etwas fester, erspüre die Anspannung und entspanne die Augen wieder. Halte sie leicht geschlossen, Augenlider sind locker, achte auf das angenehme Gefühl der Entspannung in den Augen. Lass die Augenlider jetzt immer schwerer werden. Stirnmuskeln gelöst und entspannt. Spürst du die Entspannung im gesamten Augenbereich, in den oberen Wangen, in den Augenlidern und vielleicht sogar bis in das Auge hinein? Spanne jetzt die Lippen und die Kiefermuskeln an. Dafür presse Lippen und Backenzähne aufeinander. Spanne etwas an, achte auf die Spannung in der gesamten Kieferpartie. Anspannen und wieder entspannen. Lass die Lippen und Gesichtsmuskeln ganz locker. Dein Unterkiefer hängt jetzt ganz locker im Gelenk. Spüre, wie sich die gesamte Gesichtsmuskulatur immer mehr entspannt. Lass die Lippen und Wangen ganz locker werden. Gesicht entspannt immer mehr. Pfeile, ich spüre noch einmal die Stirn. Die Nasenflügel. Ruhe breitet sich jetzt aus. Das Gesicht entspannt sich immer mehr. Palle nun dein Gesicht zu einer Faust. Die Stirn, die Kopfdecke, die Augenpartie, die Nase, die Wangen, die Lippen, den Unterkiefer und das Kinn. Anspannen, zur Faust machen, so ein Zitronengesicht machen, anspannen und lösen. Entspannen, die Stirn ist jetzt glatt und gelöst, Augenlider werden schwer, Wangen sind entspannt, Unterkiefer ist ganz locker. Spüre das Gefühl tiefe Ruhe, sie breitet sich jetzt immer mehr aus. Dein Gesicht wird weicher und entspannt sich immer mehr. Spürst du Wärme? Dein Kopf ist ganz locker, gelöst und entspannt. Behalte dieses angenehme Gefühl der Entspannung bei. Gehe nun mit deinen Gedanken und deiner Aufmerksamkeit zum Nacken. Spüre die Verbindung zu beiden Armen. Nimm die Muskeln des Nackens wahr. Spanne jetzt den Nacken an, entweder indem du den Kopf leicht anhebst oder den Hinterkopf gegen den Boden drückst. Spanne an. Erspüre die Anspannung. Anspannen, ausatmen und lösen. Spüre die Entspannung von einer Seite zur anderen nach. Lass jetzt los. Spürst du, wie Arme, Nacken, der obere Schulterbereich immer mehr entspannen? Vertiefe jetzt dieses Gefühl. Erspüre die Entspannung in den Armen, im Nacken, dem gesamten oberen Schulterbereich. Lass dieses Gefühl jetzt immer tiefer werden. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf den Rücken. Spanne jetzt die beiden großen Rückenmuskeln zur Wirbelsäule an. Spannung halten. Halten, als ob du hinten irgendwas festhalten würdest. Inzwischen deinen Muskeln. Spannung halten. Erspüren und ausatmen. Wieder lösen. Ganz loslassen. Spüre der Entspannung nach. Gib alle Restspannung jetzt in den Boden ab. Spüre, wie die Muskeln auseinanderfließen. Immer breiter und weicher werden jetzt die Muskeln. Gehe den Rücken jetzt schrittweise durch. Spüre, wie die Muskeln auseinanderfließen. Der untere Rücken. Der mittlere Bereich. Der obere Bereich. Der obere Bereich. Ganz entspannt. Die Muskeln werden immer weicher. Und du erspürst auch die Entspannung in den Armen. Im Nacken. Im oberen Rücken. Genieße dieses Gefühl und behalte es. Gehe jetzt mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Brustkorb. Spanne und entspanne ihn mit der Ein- und Ausatmen. Beobachte, wie er sich mit dem Einatmen hebt und dem Ausatmen etwas senkt. Bei der nächsten Einatmung halte jetzt kurz die Luft an, aber ohne zu pressen. Spüre die Spannung im Brustkorb. Anhalten. Lass die Luft jetzt in deinem Rhythmus wieder ausströmen. Spürst du die Entspannung im Brustkorb und im ganzen Körper? Genieße es. Deine Atmung geht jetzt wieder ganz von allein. Erspüre deinen eigenen Atemrhythmus. Und wie sich der Brustkorb ganz leicht hebt und senkt mit der Ein- und Ausatmung. Einatmen. Bauch und Brustkorb gehen hinaus. Ausatmen. Bauch und Brustkorb gehen hinein. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf die Bauchpartie. Erspüre deine Bauchmuskeln. Spanne jetzt deine Bauchmuskeln an. Spanne den Bauch in Richtung Bauchnabel an. Anspannen. Spanne die Bauchmuskeln. Spanne die Bauchmuskeln immer mehr. Spürst du die Wärme im Bauch? Du kannst dir jetzt auch vorstellen, wie die Sonne auf deinen Bauch scheint oder eine Wolldecke oder etwas anderes deinen Bauch jetzt wohlig wärmt. Genieße die Entspannung und die Wärme. Gehe nun mit deinen Gedanken zum Lendenwirbelbereich. Unterer Rücken. Spanne den Lendenwirbelbereich nach unten an. Unterer Rücken jetzt auf den Boden drücken. Bauchnabel zum Boden ziehen. Kein Hohlkreuz, sondern das Gegenteil. Unterer Rücken auf den Boden drücken. Erspüre die Spannung. Anspannen. Anspannen. Und wieder lösen. Spüre der Entspannung im unteren Rücken nach. Lass den Rücken sich jetzt immer mehr ausbreiten, flacher werden. Spüre die Auflagefläche. Spüre die Auflagefläche. Die Auflagefläche wird jetzt immer größer. Der Rücken wird weicher. Fließt auseinander. Und liegt jetzt ganz flach. Einfach nur da. Deine Gedanken gehen jetzt zum Gesäß. Spanne jetzt dein Gesäß und den Beckenboden fest an. Halte die Spannung. Anspannen. Anspannen. Spüre die Spannung. Und loslassen. Löse die Spannung. Lass die Muskeln des Gesäßes auseinanderfließen. Spüre der Entspannung nach. Vertiefe sie. Die Entspannung wird immer tiefer. Erspüre jetzt nochmal deinen Bauchraum. Deinen Beckenraum. Auch dein Rücken kann sich jetzt noch mehr entspannen. Du lässt jetzt immer mehr los. Behalte das angenehme Gefühl der Entspannung bei. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf deine Beine. Beginne mit den Füßen. Drücke jetzt deine Fersen gegen den Boden. Die Fersen gegen den Boden. Die Zehenspitzen ziehen jetzt zum Gesicht hin. Anspannen. Und Unterschenkel, Oberschenkel auch fest anspannen. Spannung halten. Halten. Und ausatmen. Die Spannung von den Oberschenkeln aus langsam wieder herausfließen lassen. Gib die Restspannung in den Boden ab. Lass immer mehr los. Spüre, wie sich die Entspannung immer mehr ausbreitet. Oberschenkel, Unterschenkel, Füße immer entspannter. Muskeln werden immer lockerer. Genieße die Entspannung. Die Entspannung beströmt nun deinen ganzen Körper. Deine Arme. Die Brust. Die Schultern. Die Entspannung. Die Entspannung. Die Entspannung. Das Gesäß. Deine Beine. Die Entspannung. Die Entspannung. Der ganze Körper ist jetzt ganz locker und entspannt. Erfühle jetzt noch einmal die Atmung. Erfühle jetzt noch einmal die Atmung. Und genieße die Entspannung. Wir kommen jetzt zurück. Ich zähle rückwärts. Und du machst einfach mit. Zähle also mit mir rückwärts von 6 bis 1 und stelle dir vor, bei 6 werden jetzt deine Beine wieder frei und beweglich, Müdigkeit und Schwere verschwinden, bei 5 wird der Bauch wieder frei, Müdigkeit und Schwere verschwinden, bei 4 wird der Oberkörper wieder frei, Müdigkeit und Schwere verschwinden, bei 3 werden die Arme wieder frei und beweglich, Müdigkeit und Schwere verschwinden, bei 2 wird der Kopf wieder frei und frisch, Müdigkeit und Schwere verschwinden und du kommst jetzt langsam wieder in den Raum zurück, bewege die Finger, spanne die Hände etwas an, Arme andinkeln, strecke und räkle dich, atme tief durch, und bei 1 öffnest du deine Augen. Du bist nun wieder in deinem gewohnten Alltagsbewusstsein, nur viel entspannter und gelöster. Genieße diesen Zustand und nehme wahr, wie du dich bei deinen gewohnten Aktivitäten des weiteren Tages jetzt fühlst. Genieße diesen Zustand und